Wo war es gestern? Am Christoph Berg? Na gestern, wo waren wir gestern? Wir waren gestern... Ach, das wird es. Wir fahren hier Skifahren gerne mit Kindern. Ja, es gibt sowas, wir haben doch mal so... Wir haben mal dort, wo wir noch kein Licht geben, wir haben am liebsten, was die auch gebreit haben. Ich freue mich nicht mehr.